Die Rennski sind seit der Kindheit Begleiter von Doppelweltmeisterin Liz Görgl. Drei Jahre nach ihrem Rücktritt hat sich die staatlich geprüfte Skilehrerin nun auch als Fitness- und Motivationstrainerin selbstständig gemacht. Dabei ist die Jungunternehmerin von Land- und Wirtschaftskammer Niederösterreich unterstützt worden. Nachdem ich jetzt seit vier Jahren in Niederösterreich lebe und aufgrund von Corona jetzt doch einige Umstellungen auch bei mir waren, bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, da einfach hinzugehen und habe dann den Helmut Kahrer kennengelernt, der für die Technologie- und Innovationspartner arbeitet, im Kurztipp. Und ja, der hat mir extrem geholfen. Und hier lag der Schwerpunkt vor allem auf dem Schutz ihrer Marke Liz. Bei seiner Beratungstätigkeit kann Helmut Kahrer auf einem Pool von über 300 Experten aus Forschung und Technologie zurückgreifen. Ein weiterer Vorteil des Tipp-Programms liegt in den eigenen Ansprechpartnern für jedes Landesviertel. Sie können dort vor Ort unsere Unternehmen unterstützen, vom Marktführer beginnend bis zu jedem einzelnen Unternehmen. Und das ist, glaube ich, genau das, was unsere Tipps ausmacht. Wir merken, dass Unternehmen, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, die ihr Geschäftsmodell digitalisieren, auch leichter durch die Krise kommen. Und daher haben Land und Wirtschaftskammer mit Digi4Wirtschaft nun eine zusätzliche Fördermöglichkeit für Innovationen geschaffen. Bereits auf Erfolgskurs ist Liz Görgl, die mit ihrer neuen Single nun auch ihre Karriere als Sängerin vorantreiben möchte. Untertitelung des ZDF für funk, 2020 wird die Krise verarm provided. Untertitelung des ZDF für funk, 2017